So, jetzt. So, where? Kann da hin? Ne, doch nicht. So, jetzt. Ich wiederhole mich wieder ein bisschen. Hm, jetzt. Da. Und die Dinger, ja. So und so. Haben wir es fertig. Hat aber ziemlich lange gedauert. Ich muss von hier verstanden. Verschwinden, Animas. Mhm. So, Klappe öffnen. Ja, welche Klappe? Ach, steht wieder da. Ja, wo ich so diese Zwischenschritte mal sehen, das verstehe ich auch nicht so richtig. So, Code. Ähm. Sieben. Vier. Ach so. Ach so, ach, sieben, zwei. Drei. Und neun. So. Ich weiß, dass du deine Identität wiederfinden willst. Äh, Liebesbriefe. Das wäre leicht zu erraten. Ne, das da nicht. Da hat er überall einen Hab drauf. So, und wo ist der Letzter? Hier unten irgendwo. Bestimmt mit nem Bild, aber ich seh sie noch nicht. Ne, hier. Vertraulicher Brief, vertrauliche Briefe. Was soll das bringen, ey? Ne, die noch nicht. Ach so. Die sind sensiert so ein bisschen. Und wo ist der Letzte? Ach, immer am Letzten scheitert's. Hinten. Als hätte ich die noch nicht gesehen. So, Hände hoch. Bla. Ja, komm. Kennen wir uns? Ja, ich kenn dich. Sie verhaften mich. Ja, ja. Hier ist mein Vorschlag. Gib uns die Kohle. Aha. Spiel solche bla. Ach, komm. Ja. Mhm. Toll, reißt mich mit. So. Infrarotmelder. Vielleicht das Ding? Sieht schon mal interessanter aus, als die vorherigen Bräume. Wo soll denn? Ach so, ab jetzt. Na klar. Und das andere... Hm. Was soll denn das sein? Seht ihr das? Ich seh's nicht. Ich nehm mal nen Tipp. Ach, hier. Genau auf der Tischkante, wisst du? Oder was auch immer. Ne, das ist ja kein Tisch. Feuermelder. Die werden oben sein. Aber wieso muss ich die jetzt mitnehmen? Ah, ne, doch nicht. Vielleicht die hier? Ne. Hä? Was sind denn die? Ach, die Dinger. Überwachungskameras. Na toll. Na. Hacke die Maus immer so, ich versteh's nicht. Die hier auch noch. Hacke die Maus immer so. Hacke die Maus immer so. Ähm. Da hinten? Ja. Rauchen, also natürlich nochmal. Hier vielleicht? Ne. Das da? Ah, jetzt sind die gemeint. Siehst du mal. Und die anderen beiden? Sternen kriegt man wieder. Ach komm. Ach, geht wieder nicht, weil die Zeit wieder abläuft. Rauchen, Alter. Ach ja, an der Seite noch. Da oben? Ne. Mensch, diese Hintergrundgeräusche die ganze Zeit. Das nervt. Komm. Wo ist der Letzter? Komm, nehm ich einen Tipp. Ach, hier auf. Och. Alarmsirene. Na, was willst du jetzt? Ich esse die Illustration auch immer. Wie es aussieht. So. Ja, komm. Ja. Ich will jetzt eigentlich weiter machen. Komm. 424. Äh. Ne, mein Tipp. Ne. Ich seh die nicht. 434 sehe ich, aber... Ich hab' nicht gefragt. Mh. Mh. Ach, hier kann man sogar ranzoomen. Muss ich gar nicht. Weil ich mich nie mit den Spielen auseinandersetzen. Mh. Ne, find' ich nicht. Ach, jetzt muss ich wieder ewig. Ach, das wieder. Mh. Und sterben, find' ich wenigstens. Als ob der nicht direkt raus springt. Ach, hier. Mann. 477. Da oben. Was sagen? Manchmal verflixt hier. 508 war... Ach, die hatte ich... Ach, hier unten. 588. 4. 406. Ähm. 406. Was sollen die sein? Ach, da. 354. Also, das merkt man total, dass es eine Dauerschleife ist, die sie abspielen im Hintergrund. Ach, ey, das ist so nervig. 354, na komm, wo ist er? Gärt' ich auch schon, hier unten. 151 ist... ...ah, hier. 280. Ich hab's nicht alles schon mal gesehen. Aber man merkt sich natürlich die Stelle dann nie. Somit jetzt alle nacheinander... Äh, das dauert ja hier noch eine halbe Stunde. 421. Da. 296. Ähm... Ähm... Da. 126. Ah, das sollen wir jetzt hier alle Nummern nacheinander... Äh, das dauert doch noch eine halbe Stunde. Ah, wirklich. Nee, 126. Ach, komm. Wo ist er? Hier drüben ist auf jeden Fall gar keine mehr. Ach komm, das kann doch nicht so schwer sein. Das sind ja 216. Gibt's ordentlich 126. Komm, ich will die Hintergrundgeräusche endlich loswerden. Ich kann wieder nicht reden. Ach, hier, und Seite. 466. Ähm... 418, die hatte ich vorhin schon, ähm, dort. 216. Ach, hier oben, ach ja, die hatten wir vorhin verwechselt. Hm. Gut. Rufen Sie mich an, bla. Danke. Nein. Nein. Nein.